Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zum nächsten Age of Empires 4 Update, das schon scheinbar nächste Woche kommen wird. Ihr seht es hier, Age of Empires 4 Winter Update coming next week. Ich habe euch ja schon ein Infovideo zu Roadmap gemacht, da wurde ja schon über dieses Winter Update gesprochen. Jetzt kriegen wir endlich mal noch ein paar mehr Details, die möchte ich euch in diesem Video vorstellen, damit ihr schon mal direkt Bescheid wisst, was sich denn alles ändern wird. Und es wurden zum Glück wirklich einige wichtige Sachen angepackt, die dringend notwendig sind, dass die korrigiert werden. Mehr dazu jetzt auf jeden Fall. Wenn euch allgemein mein Content gefällt, freue ich mich natürlich, wenn ihr mich abonniert auf YouTube und ein Like da lasst, wenn euch die Videos gefallen. Das unterstützt mich auf jeden Fall immer super und motiviert mich natürlich auch, dass ich noch mehr Content zu Age of Empires 4 mache. Schaut dazu auch gerne mal in meine anderen Videos rein. Aber jetzt legen wir los, um was soll es denn eigentlich gehen. So, schauen wir mal hier ein bisschen durch. Und zwar geht es damit los, es soll insgesamt ja ungefähr über 100 Balances und Bugfixes geben. Die wichtigsten vorneweg. Das französische Hulk-Schiff wird optimiert. Und zwar soll es nicht mehr die hohe See beherrschen können. Leider werden keine Details jetzt hier geschrieben, aber das war ja dringend notwendig, habe ich auch gesagt. Denn es hat einfach keinen Spaß gemacht, Wassermaps zu spielen, weil man eigentlich immer Frankreich wählen musste. Sonst würde man in Age 2 schon untergehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil jedes französische Hulk-Schiff die Schiffe der anderen Nationen einfach platt gemacht hat. Weil die Hulks normalerweise erst im dritten Zeitalter für alle verfügbar sind. Und die countern halt normalerweise die klassischen Schiffe aus Age 2. Okay, weiter geht's. Mit Armbrustschützen, Sperrkämpfer und Elite-Armbrustschützen werden wohl eine größere, sollen eine größere Bedrohung für Kavallerie darstellen. Das heißt, sie sollen stärker werden gegen Kavallerie. Und das ist tatsächlich auch notwendig, denn wir haben schon gemerkt, dass man durchaus mit Rittern in Sperrkämpfer reinreiten kann. Also jetzt nicht gegen eine Überzahl von Sperrkämpfern, aber ich sag mal so, wenn da ein Ritter und ein Sperrkämpfer steht, dann gewinnt das der Ritter ganz klar und kommt da noch gut weg. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid auch noch ein französischer Ritter, der wieder geheilt werden kann. Dann ist das schon ziemlich krass. Und auch die Armbrustschützen sollen ja rüstungsbrechend sein. Die sollen jetzt also beide, Armbrustschützen und Sperrkämpfer, stärker werden. Gegen Kavallerie finde ich schon mal eine gute Sache. Das ist auch schon mal gut, dass man dann Völker auch gegen zum Beispiel Frankreich oder die Russen besser spielen kann, wenn man gegen Kavallerie mit Infanterie arbeitet. Dann soll es auch noch so sein, dass die Kosten für die Repeater, wie heißen die, Repeater, Repeater, so, mein Gott. Die Repeater-Armbustschützen der Chinesen sollen reduziert werden. Jetzt haben wir es. Die waren wohl aktuell für ihren Nutzen einfach viel zu hoch von den Kosten. Des Weiteren wird endlich auch die Prelateneinheit gefixt vom Heiligen Römischen Reich, damit sie dann auch nach einem Push weiter inspirieren können. Da gab es bis jetzt immer mal wieder Probleme. Bei den Mongolen wird Superior Mobility angepasst, diese Überlegenheitsmobilität, um sicherzustellen, dass der Geschwindigkeitsmodifikator auch richtig angewendet wird. Da wird sich auch extra nochmal bei der Community bedankt für den Aufruf, dass das dann jetzt eben geändert werden kann. Außerdem soll bei den Russen auch was sehr Wichtiges gefixt werden, und zwar die unendliche Reliktduplizierung, die als Bug leider auch ins Spiel sich, ja, geschlichen hat. Ich habe es nie in meinen Spielen bemerkt, aber es wurde schon öfters in der Community, auch auf meinem Discord-Server, Link wie immer in der Videobeschreibung, darauf hingewiesen tatsächlich, dass es da Probleme gab. So, schauen wir mal weiter ein bisschen. Jetzt, was kommt noch? Und das wurde auch von vielen schon gefordert, vor allem von RTS-Spielern. Ab jetzt kann man in Zukunft selbst die Wahl treffen, ob man die Spielerpunktzahlen, die Scores einblenden möchte, während des Spiels. Dass man ungefähr einschätzen kann, wie stark ist denn gerade der Gegner, lohnt es sich jetzt aufzugeben, noch weiterzukämpfen und ein paar mehr Einschätzungen haben kann. Das wurde eben jetzt auch basierend auf dem Feedback der Community gemacht und kann jetzt jeder für sich nutzen, wenn er es möchte. Allerdings ist den Entwicklern auch klar, dass die diese Funktion auch das Spiel ein wenig ändern kann. Und deswegen soll jeder die Wahl selbst treffen können. Und ab diesem Winter-Update können dann alle die Spielebewertungen aktivieren in benutzerdefinierten Lobby-Multiplayern und Scharmützel-Matches. Das heißt, wenn ich das richtig sehe, natürlich dann nicht im schnellen Spielmodus, also der aktuellen, in Anführungszeichen, Rangliste und der zukünftig noch kommenden Rangliste. Ich verstehe das so, dass es dort nicht möglich sein wird, dass man dort dann nicht den Score sehen kann. Aber so für die normalen Matches finde ich es eigentlich ganz cool und da werde ich es, denke ich, auch aktivieren, weil ich habe es immer gern gesehen. Ich konnte jetzt da nie zu 100% irgendwie die Details der Feinde rauslesen. Aber ich wusste so ein bisschen dann Bescheid, okay, jetzt hat der Gegner irgendwie doppelt so viele Punkte wie ich, jetzt kann ich auch aufgeben und muss jetzt nicht mehr weiterkämpfen. Ich finde es auf jeden Fall mal ganz spannend und wir schauen es uns mal an, wenn es soweit ist. Dann. Die Schaltfläche und die Benutzeroberfläche von der chinesischen Dynastie, die so genervt hat, liebe Zuschauer, die wird endlich auch an einem anderen Ort hingewiesen. Und zwar irgendwo an der unteren linken Ecke soll das Ganze jetzt hin. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann anfühlt, wenn das dort ist. Finde ich auf jeden Fall super wichtig, finde ich gut, dass sie das machen. So. Und dann gibt es ja auch noch diese Möglichkeit, die Karte nochmal nach dem Spiel anzuzeigen, was ich immer sehr schade finde, dass das nicht ging. Und scheinbar reden die Entwickler jetzt hier davon, dass sie da begonnen haben, Änderungen vorzunehmen, damit genau das gemacht werden kann. Und ab dem Winter-Update kann man nach Beendigung des Spiels über die Karte eines abgeschlossenen Spiels schwenken. Aber das scheint noch nicht irgendwie alles zu sein. Wir werden versuchen, schreiben sie zusätzliche Optionen noch hinzuzufügen, damit sie problemlos zwischen der abgeschlossenen Karte hin und her wechseln können. Ähm, zwischen Kartenansicht und Statistik wahrscheinlich. Okay, das wird dann erst im Frühjahr kommen. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn man das Spiel gewonnen hat, kann man noch die Karte erstmal in Ruhe anschauen. Aber danach kommt man wohl automatisch zu den Statistiken und man kann dann wohl nicht mehr zurück zur Karte kommen. Und das wollen sie aber im Frühjahr auch noch ändern, dass man dann hin und her gehen kann. Ich meine, das ist absolut notwendig. Das ist ja so ein klassisches Feature, vor allem für, ich sag mal, auch Streamer wie mich, die gerne das Spiel im Nachgang noch ein bisschen analysieren. Finde ich das super wichtig. Also finde ich gut, dass es jetzt kommt. Erstmal eine Low-Variante im Winter-Update, jetzt nächste Woche. Und im Frühjahr dann die ganze Bandbreite dieser Möglichkeit. So. Außerdem werden im Winter, jetzt im Winter-Update, Verbesserungen an der Minikarte im Spiel vorgenommen, um dann auch die Lesbarkeit zu verbessern. Ähm, zum Beispiel Verkleinerung von Symbolen, äh, die Sicherstellung, dass das Wundersymbol auf der Minikarte auch mit dem im Hut angezeigten Symbol übereinstimmt. Und die Vergrößerung des primären Stadtzentrums im Vergleich zu anderen Wahrzeichen. Finde ich auch gut. Dann kann man nämlich besser sehen, ähm, was ist das wichtige, äh, primäre Stadtzentrum im Vergleich zum Beispiel auch zu anderen Stadtzentren oder auch Wahrzeichen. Und, äh, die Anpassung der Farben bestimmter Ressourcen wird auch noch ein bisschen gemacht. Okay, alles klar. Ansonsten ist noch wichtig jetzt bei diesem Update, was passiert mit gespeicherten Spielen und Wiederholungen. Wichtig ist das tatsächlich, ähm, für mein Turnier. Ne, und gut ist, dass wir dieses Turnier diese Woche schon vor dem Update abschließen werden. Sonst hätte ich ein Problem gehabt. Denn nach dem Update auf diese Build-Version können dann Replays und Safes aus früheren Builds nicht mehr verwendet werden. Ganz wichtig zu wissen. Aber, wichtig ist auch, Kampagnenfortschritt bleibt natürlich erhalten. Und klassische freigeschaltete Inhalte bleiben auch erhalten. Ja, und das war's. Das sind die Details, die wir jetzt haben. Nächste Woche irgendwann steht es nicht genau dort, wann es kommen wird. Aber nächste Woche kommt das Winter-Update. Ich freue mich drauf. Wichtige Änderungen dabei, äh, die schon längst notwendig sind. Freut mich, dass die Entwickler auf die Community hören. Und dass da noch mehr, äh, verbessert wird in Zukunft. Und, ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Apropos, ich hab ja schon das Turnier gerade erwähnt. Wenn ihr's noch nicht gesehen habt, schaut doch gerne auch mal rein in mein Video, beziehungsweise meine Livestreams. Äh, es gab schon zwei Stück dazu. Mit Achtel- und Viertelfinale zu meinem Invite-Turnier zu Age of Empires 4. Und, ähm, am Samstag dieser Woche, liebe Zuschauer, wird der nächste Livestream ab 15 Uhr starten. Am 27. November, ab 15 Uhr, gibt's noch zwei weitere Viertelfinalspiele, danach zwei Halbfinalspiele. Und am 28. November, am Sonntag, am 1. Advent, als kleines Adventsgeschenk, gibt's dann das große Finale. Am Sonntag, 28. November, ab 13 Uhr. Äh, und ja, wir haben auf jeden Fall am Sonntag auch, äh, tolles, äh, Co-Commentary. Auf jeden Fall wird, äh, Django dabei sein. Der gute Fly-Like-Django, äh, richtig guter Spieler und guter Kommentator. Freu ich mich sehr, dass er mit dabei ist. Und ich muss nochmal gucken, äh, wie's mit Arty, Artemis Plays ausschaut. Ähm, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Freu mich aufs Turnier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Gaius, Julius Cäsar. Bis zum nächsten Mal.